Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Einkaufen. Peppa und Schorsch gehen einkaufen. Peppa und Schorsch kaufen gerne ein. Schorsch liebt es, im Wagen zu sitzen. Peppa eigentlich auch. Papa, kann ich nicht auch im Wagen fahren? Du bist schon zu groß dafür, Peppa. Hilf mir doch beim Einkaufen. Ja, gerne. Wir haben vier Sachen auf der Liste. Tomaten, Spaghetti, Zwiebeln und Obst. Ich werde das holen. Hier entlang. Peppa und Schorsch lieben es einzukaufen. Peppa, zuerst brauchen wir Tomaten. Ähm, ich sehe sie, ich sehe sie. Hier sind die Tomaten, Mama. Gut gemacht, Peppa. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt leg sie in den Wagen. Hier sind die Tomaten. Gut gemacht, Peppa. Tomaten. Die können wir von der Liste streichen. Was steht noch auf der Liste? Spaghetti. Pagetti. Das stimmt, Schorsch. Aber man sagt Spaghetti. Pagetti. Spaghetti mögen Peppa und Schorsch am liebsten. Wo wohl die Spaghetti sind? Ich kann sie sehen. Hier entlang. Spaghetti. Guck, Mama. Hier sind die Spaghetti. Gut gemacht, Peppa. Wir legen die Spaghetti in den Wagen. Ja, Mama. Pagetti. Schorsch. Es heißt Spaghetti. Pagetti. Was sagt unsere Liste, Peppa? Chips. Chips sind nicht auf der Liste. Wir haben jede Menge Chips zu Hause, Peppa. Rate noch einmal. Ähm, ich erinnere mich nicht mehr daran. Erinnerst du dich, Schorsch? Sousia. Dinosaurier? Schorsch. Es gibt doch keine Dinosaurier im Supermarkt. Nein, Schorsch. Der nächste Punkt auf der Liste sind Zwiebeln. Zwiebeln. Jetzt fällt mir wieder ein. Hier sind sie. Gut gemacht. Eins. Zwei. Drei. Vier. Zwiebeln. Sehr gut. Das war's fast schon von unserer Liste. Jetzt fehlt nur noch eine Sache. Eine Pflanze? Eine Pflanze? Steht die auf der Liste? Aber nein, Schorsch. Als letztes auf der Liste steht noch Obst. Oh. Sei nicht traurig, Schorsch. Du kannst das Obst aussuchen. Wo ist das Obst? Da drüben. Es gibt Äpfel, Orangen, Bananen und eine sehr große Melone. Welches Obst sollen wir nehmen, Schorsch? Äpfel? Orangen? Bananen? Eine Melone. Das ist die Kasse, an der alles bezahlt wird. Tomaten. Spaghetti. Zwiebel. Melone. Schokokuchen. Schokokuchen? Schokokuchen? Steht der auf der Liste? Pepper, hast du den Schokokuchen in den Wagen gelegt? Nein, Mama. Schorsch, hast du den Schokokuchen in den Wagen gelegt? Nein. Also ich war das auch nicht. Wer war es dann? Äh, ich dachte, er wäre lecker zum Pudding. Papa Wutz. Schlimmer, Papa. Entschuldigt, er sieht einfach zu köstlich aus. Er sieht wirklich lecker aus. Oh, tun wir so, als wäre er auf der Liste. Schokokuchen. Hurra. Schokokuchen. Schokuchen. 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 Vielen Dank.